Herzlich Willkommen bei Landwirtschaft 2015 auf der Westbücher Map mit dem Fabio. Ja, wenn man den gehört hat. Ja, wenn man ihn. Wenn du den Fabio gehört hast, ja. So, los geht's. Los geht's. Ich dünge mal. Fabio, der seht weiter an, dass ihr auch was anderes seht von mir. Außer die Sachen. So. Danach machen wir dann richtig die Lage dann noch. Weil sonst haben wir alles in die Mischstation. Da kann ich schon mal die Mischstation mischen. Wenn alles drin ist. Mischstation Reis. Futter für die Kühe. Wichtig. Ich stimme die Felder noch schnell. So. mal schnell ausgenommen, in der halben haben wir sowieso neue Traktoren und so, wenn wir das Geld haben, oder Mieten, haben wir ja auch, haben den Miet-Mod mit reingenommen, dass wir Sachen mieten können, können anfangen jedenfalls, weil ich miete dann diesen Endfahrzeug da, dass wir schnell die Gelage machen können, dass es schon mal weg ist. Wie die Gelage zeugt. Ja, das sieht erstmal klar aus. Kann man ja für ein paar Stunden mieten, die Fahrzeuge. Eigentlich ist alle Fahrzeuge am Mieten. Ein paar Zwecke. Ja. 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 Wie bei Euro Truck mache es ab die 10. Folge dann 15 Minuten. 5 Minuten länger als die anderen Male. So, dann fertig mit die Feld 5 mit Düngen. Der muss nur noch runterfahren zu Feld 19 und 20. Dann kann man erstmal den Abstellen dort unten. Dann kann man dann wechseln, wie gesagt. Wurde mich ist erstmal das eine Fahrzeug und macht dann Gras und Schlage rein. Das Wundern bei diesem Mod, der geht halt schnell voll, das Gerät. Das ist aber auch nicht schlecht. Oh, jetzt hängt es auch noch. Ich bin auf die Aufnahmen, ich glaube ich bin. Kann man eigentlich machen? Oder? Eigentlich nicht. So, gut. Dann kann man hier langfahren. So, ja. Da habe ich den Baum mitgenommen. So, ist nie, nie, nie. So. Was für einen Traktor haben wir? Den Puma. In case Puma. Hammer. Ja, mit einer, mit einem Amazon. Ne? Dann haben wir eine Streuer hinten dran. So. Hier schon mal die Verte 19. Ja, wo gerade der Fabio gerade ansät. Das letzte Mal, wo ich es da angesehen habe. So, jetzt können wir das Fahrzeug mal mieten. Ja, das Ding. Mieten wir mal. Für, 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 machen wir mal. Drei Stunden. Mieten wir das mal. So. So. Hat mal kurz gehangen. Da haben wir das coole Stück. Und ich sag euch, das Ding geht halt schnell voll. Aber so schnell. So schnell. Immer schnell jedenfalls die Lage machen. Schnell. Vollfüllen. Bestimmt. Ja. So. So. Machen wir da, wo wir kein Gras. Ich sag euch, das Ding geht halt, wie ihr öfter gesagt habt, schon schnell voll. So. So schnell mal an. Das werdet ihr gleich sehen. Wir nehmen mal meinen Kurbelauf. So. Das geht voll, schnell voll. Wie ihr hier seht. Ja und 80.000. So. 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 Geschmink. So. 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 Und hook back. So. 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 Mit dem müssen wir langsam um die Kurve fahren, sondern es rutscht da übelst. Müssen wir langsam fahren damit. Sonst ist ja nicht schlecht der Mod, aber naja. Wird halt so schnell voll, finde ich. Na ja, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, haut noch rein. Ja, und noch ein dickes Asphalt. Tschüss.